Die Konkurrenz kann mich an meinen glutenfreien Arsch lecken. Hör auf! Du machst mich krank, Private. Ich weiß, Männer, wir gehen drauf, aber heldenhaft. Männer, der Auftrag lautet, den Katarver finden, den Brief holen und uns schnell wieder verpissen. Eisgipper, aber wo liegt der Katarver? Männer, hier geht es schon heiß her. Haben wir uns verlaufen, Skipper? Nein, Private, ich verlaufe mich nie. Das ist alles Absicht. Oh, da war ein Spieler, Skipper. Den habe ich gesehen. Kowalski. Ei, Skipper. Oder den Katarver. Skipper, wir wurden getroffen. Nur ich, Private. Wie immer, nur ich. Aber ich fühle den Schmerz mit dir. Oh, Skipper! Da kommt einer, Skipper. Ui. Das war knapp, Skipper. Ich weiß. Frische Munition rein. Da oben läuft immer noch einer, der macht mir Angst. Mir auch, Skipper. Skipper, Kowalski, hast du den Katarver schon geordert? Negativ, Skipper. Den habe ich gar nicht gehört, Männer. Wir auch nicht, so. Gut gesehen. Danke, Männer. Links ist noch einer, Sir. Vor uns auch. Ey. Okay. Sie reden eine mir unverständliche Sprache, Skipper. Ich verstehe auch kein Wort. Ist egal. Abknallen können wir sie. Sie kommen an, wie die Scheißhaus fliegen, Sir. Ich weiß, Kowalski. Wir sind ja in einem Rattenloch gelandet. Aber langsam müssen wir uns beeilen, Skipper. Die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz kann mich an meinem glutenfreien Arsch lecken. Da ist das Zielobjekt, Männer. Hier liegt er. So, den Brief haben wir. Raus jetzt. Scheiße. Nein. Nein. Wir bluten, Sir. Ich sehe es. Mann. Haben wir ihn, Sir? Ich glaube nicht, Männer. Da ist der... Wir haben ihn, Sir. Aber wir sind schwer getroffen, Männer. Wir haben Dreifachblutung. Wenn er keine Binden dabei hat, sehe ich schwarz für uns. Ich glaube, wir werden ja drauf gehen. Er hat mit einer Hand auf uns geschossen. Dieses Schwein. Da liegt noch einer. Wir brauchen Binden, Sir. Wir brauchen Binden, Sir. Ich weiß. Wir sind Totmänner. Wir brauchen Binden, Sir. So. Unsere Popos sind mit Vaseline gesalbt. Da, Sir. Schießen Sie. Zurück, Sir. Ja, ja. Kommt rein. Das war nicht gerade mein Meisterschuss. Sir, er hat etwas entdeckt. Er scheint wissend zu sein. Ich schieße ihm sein Wissen mit einer blauen Bohnen aus dem Schädel. Aha. So wird es gemacht, Männer. Schön geschossen. So. Das sind es durch die Lappen gegangen. Ruhig, Männer. Ruhig, Blut. Der wird sein Köpfchen schon nochmal reinstecken. Der hat ja keine Lust hier rein. Er läuft weg. Sir, aber wir müssen eigentlich Spieler erschießen mit der Pistole. Wir haben bald keine Munition mehr. Ja, ich weiß. Das ist uncool. Wir brauchen andere Waffen, aber ich kann da jetzt nicht hin. Hat er. Hat er uns noch erwischt. Schon wieder ein Wissender. Sehr schöner Schuss, Sir. Sehr schöner Schuss. Dem. Sie wollen unbedingt hier rein, Sir. Ich sehe es. Aber eigentlich müssen wir ja unbedingt raus. Dem nehme ich die Waffe ab gleich. Da, Konkurrenz schießt, Sir. Ich habe euch schon mal gesagt, die können uns an unseren glutenfreien Erschen lecken. Wenn sie reinkommen, kriegen sie jetzt eine Ladung Schrot vom Feinsten. Das ist gut, Sir. Schieß! Schieß! Er war leicht verwirrt, Sir. Ja. Solche Typen liebe ich am meisten. Leichte Opfer, wenn ihr versteht, was ich meine. Sicher, Sir. Wir brauchen mehr Munition. Achtung! Da findet das wohl witzig, was? Seine Kumpels liegen ja zuhauf und er lacht. Vielleicht ist da auch ein Siegeslachen, Sir. Erst vielleicht derjenige, der uns nicht über den Haufen schießt. Uns schießt ja niemand über den Haufen Männer. Wir müssen uns mal heilen. Wir müssen uns mal heilen, Sir. Ich weiß, aber... Ich komme irgendwie nicht dazu. Die wollen uns überrennen. Die wollen uns überrennen. Nicht unklebber, diese Burschen. Nicht unklebber. Munition. Sir, sie haben vorbeigeschossen. Hör auf! Du machst mich krank, Private. Entschuldigung, Sir. Ist schon gut, mein Kleiner. Die Nerven liegen blank bei uns allen. Ich weiß. Ich weiß. Jeder vorbeigeschossen, Jungs. Da war noch einer vorne, Sir. Der habe ich gesehen, meiner. Ich meine, schießen Sie so. Keine Zeit für Förmlichkeit, Männer. Immer... Immer stur lächeln und winken. Immer stur lächeln und winken. Den haben wir eine verpre... Verprezelt. Erröchelt. Schwer angeschlagen, Männer. Schwer angeschlagen, Männer. Das war die Konkurrenz, Sir. Ich weiß, Männer. Wir gehen drauf. Aber heldenhaft. Wir stürmen. Nein, Sir. Wir sind tot. Wir waren Helden, Männer. Wir waren Helden. Guckt euch das an. Nicht ein bis drei Kill, aber dafür zehn Scavs. Hm. Wir sind tot. Wir sind tot. Untertitelung des ZDF, 2020